Das ist fast schon erschreckend, was euch im Studium passieren kann. Ihr wollt mit dem künftigen Betreuer über eure anstehende Hausarbeit oder Abschlussarbeit sprechen. Lasst euch einen Termin geben und dann heißt es, bringen Sie bitte nicht nur Ihre Themenidee mit, sondern auch Ihren Gliederungsentwurf. Schnell recherchiert ihr online nach. Gliederung, und meist findet ihr dann nur solche Strukturangaben. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Durchführung. Analyse. Aha, hilft wenig, stimmt's? Dann lösen wir jetzt mal den Knoten auf. Willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Martin Gärtler von forschenlernen.jetzt und möchte hier und heute mal wieder einen kleinen Schnellkurs anbieten. Es geht um ein Gliederungsgrundmodell, das voraussichtlich immer passen wird bei jeder wissenschaftlichen Arbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am besten abonniert ihr diesen YouTube-Kanal für forschenlernen und aktiviert euch die Benachrichtigungen. Benachrichtigungen auf diese Weise erfahrt ihr nämlich sofort, wenn es Neues für euch gibt in diesem Kanal. Nicht vergessen ein Like, wenn ihr merkt, dass ihr hier was mitnehmen könnt. Schwerpunkt des heutigen Tutorials ist das Grundmodell für die Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten, mit dem ihr künftig viel schneller und leichter arbeiten werdet als mit selbst entworfenen Gliederungsstrukturen. Und als Bonus werden wir ein Thesis-Vorhaben gemäß diesem Gliederungsmodell gestalten. Macht euch bitte Notizen, am besten gemäß der dreiteiligen Struktur der Cornell Notes. Stichwörter festhalten, wichtige Infos notieren und am Schluss die eigene Zusammenfassung erstellen. Weitere Hinweise dazu findet ihr unter diesem Video. So, und nun geht's los. Das werdet ihr lernen, wie mein Gliederungsmodell strikt eurem Untersuchungsweg folgt. Was umgekehrt aber auch bedeutet, dass ihr tatsächlich etwas konkret untersucht und nicht nur über etwas schreibt. Warum ihr damit eine Menge Ballast vermeidet und klarere, logischere Texte in eurer wissenschaftlichen Arbeit entstehen werden. Und, dass ihr schneller durchkommt bei eurem Untersuchungsvorhaben. Wir starten jetzt und zwar mit einem ersten Blick auf das Modell. Nein, es ist kein Baukasten, also bitte die Kästchen nicht hin und her schieben. Es handelt sich um Bausteine, die in logischer Reihenfolge gesetzt wurden. Hintergrund dieses Designs ist die Erkenntnis, dass wissenschaftliches Arbeiten und dessen Vorgehensweisen nicht unserer willkürlichen Beliebigkeit unterliegen. Vielmehr folgen wir dort stets einem strikten Weg, der zielführend ist. Von der Kenntnis eines Problems, das zu lösen ist, bis hin zum Lösungsvorschlag. Ihr merkt es schon, euer Wissenschaftsverständnis ist gefragt. Dazu habe ich euch hier schon andere Tutorials an die Hand gegeben. Schaut einfach nachher nochmal nach und dort hinein. Erster Schritt dieses Grundmodells ist die Einleitung. Jede wissenschaftliche Arbeit beginnt mit ihrer Einleitung. Das ist uns allen klar, aber was genau gehört in die Einleitung? Das ist gar nicht so wenig. Erstens, das Thema erläutern. Zweitens, die Problemstellung erläutern. Drittens, die Zielsetzung definieren und erläutern. Viertens, die Forschungsfrage formulieren. Und fünftens, die Vorgehensweise erläutern. Die Einleitung hat mit diesen fünf Elementen eine enorme Bedeutung. Eure Leser und Prüfer können darin auf die Schnelle euren Untersuchungsweg kennen und verstehen lernen. Warum das so ist und wie das geht, zeige ich euch ausführlich in einem separaten Tutorial. Zweiter Schritt. Ihr beschreibt euren Untersuchungsgegenstand. Also nicht, wie immer noch vielerorts üblich, hier ein Kapitel zu den sogenannten konzeptionellen oder definitorischen Grundlagen reinhauen. Solche Sammlungen verbrauchen mit unter 20 Seiten, die aber letztlich nur Lexikoncharakter haben. Damit erschafft ihr über diese lange Strecke selbst keine Primärliteratur. Mehr Literatur. Das ist aber euer Job. Also geht das gar nicht. Eure Prüfer wollen das noch so haben? Dann sagt ihnen, dass ihr die Grundlagen stets unterwegs in der Arbeit an all den Stellen einbringt, wo sie für das Verständnis der Dinge tatsächlich gerade benötigt werden. Oder zumindest hilfreich sind. Die bisher üblichen Grundlagenkapitel entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen an wissenschaftliche, also forschende Arbeiten. Faktisch bildet ein solcher Grundlagenblock eine Ansammlung von nichtwörtlichen sowie wörtlichen Zitaten. Was aber heutzutage auch international als nicht hinreichend selbstständige Erarbeitungsstrecke abgelehnt wird. Ja, sowas kann sogar als Plagiat gelten. Selbst wenn alle Quellen offengelegt wurden. Denn fremde Texte dürfen nicht mehr geballt zusammengekehrt werden. Zitate sind nur funktional und in Maßen einzusetzen. Beachtet dazu die Darlegungen des Wissenschaftsurheberrechts. Seit 2019 ist das klar geregelt. Urheberrecht in der Wissenschaft heißt die Handreichung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Auf Seite 11 der Handreichung lesen wir, Ein Zitat ist nur ein Zitat, wenn sich mit dem zitierten Werk auch wirklich auseinandergesetzt wird. Eine einfache Kopie ist also kein Zitat. Die Kopie wird zu einem Zitat, wenn man das zitierte Werk als Hilfsmittel für die eigene Erläuterung, zum Beispiel im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung, verwendet. Das ist nun wirklich das Knockout für jene separierten Grundlagenkapitel, die seit Jahrzehnten in Deutschland üblich sind. Und spätestens seit 2019 hätten daher die Grundlagenkapitel aus den Leitfäden und Vorgaben der Hochschulen für wissenschaftliche Arbeiten gestrichen werden müssen. Wie gesagt, im zweiten Schritt wird der Untersuchungsgegenstand beschrieben. Dieser Begriff meint etwas Konkretes, etwas von euch mit euren Mitteln Überprüfbares. Also den Ort, wo ihr das Problem entdeckt habt, das ihr zumindest dort lösen wollt. In der Themenformulierung eurer Arbeit ist er bereits zu finden, und zwar als abhängige Variable. Jemand soll in einer Hausarbeit herausfinden, welche Diät mehr zur Gewichtsabnahme beitragen könnte. Die kohlenhydratarme oder die fettarme Diät. Eine spannende ernährungswissenschaftliche Aufgabe. Wir haben zwei Diäten und sollen deren Wirkungen auf das Gewicht untersuchen. Also sind die beiden Diäten unabhängige Variablen, denn sie sind ja da. Die herauszufindenden Auswirkungen auf die Gewichtsreduktion machen klar, diese ist die abhängige Variable. Dort ist der Untersuchungsgegenstand also verortet. Immer. Checkt das mal bei euren bisherigen und künftigen wissenschaftlichen Arbeiten. Erforderlich ist dafür in den meisten Fällen, dass wir zu unserem Untersuchungsgegenstand nicht auf Abstand bleiben müssten. Denn dann könnten wir sozusagen nur über ihn etwas schreiben. Wir benötigen von ihm jedoch unbedingt Daten und Fakten und am besten auch direkte Nachfragemöglichkeiten. Wir werden unseren Untersuchungsgegenstand also nicht an sich, sondern unbedingt nur mit dem Blick auf das festgestellte Problem vorstellen. Sonst würden nämlich Seiten um Seiten mit Informationen gefüllt, die zum Lösungsweg gar nicht benötigt werden. Schritt 3 Forschungsstand und Methodologie Eben hatten wir gelernt, dass wir den Untersuchungsgegenstand mit Blick auf die zuvor definierte und in der Einleitung erstmals erwähnte Problemstellung beschreiben werden. Ähnliches gilt nun auch für den Forschungsstand. Er braucht den Bezug auf den Untersuchungsgegenstand. Keine Grundlagenwerke aus alter oder jüngster Zeit, sondern den Stand der Forschung erarbeiten. Die Logik dahinter ist klar. Nur wenn der Untersuchungsgegenstand mit seinen zu lösenden Problemen bekannt ist, kann man überhaupt passende Studien suchen und finden, die zu seiner Problemlösung beitragen könnten. Und jetzt wird die Frage ganz spannend, wie haben eigentlich die anderen Forschenden, die vorherigen Forschenden, ihre Lösungen methodisch erarbeitet? Wir werden dann darauf stoßen, dass in der bestehenden Forschung und Literatur bestimmte, durchaus auch unterschiedliche Methoden genutzt wurden, die ihr auf jeden Fall euch notieren und aber auch fachlich-methodisch beschreiben können solltet. Achtet daher nicht nur auf die Inhalte aus euren Recherchen zum Stand der Forschung, achtet ebenso sehr auf die dort genutzten wissenschaftlichen Methoden. Womöglich könnte die ein oder andere davon auch bei euch zum Einsatz kommen und ihr könnt dann nachher eure Ergebnisse mit den Ergebnissen vergleichen, die mit der gleichen Methode zustande gekommen sind. Ihr solltet also in diesem Kapitel eure Methodologie explizit darlegen und begründen. Der vierte Schritt eröffnet in meinem Modell zwei Pfade mit jeweils drei Schritten. Da passieren komplexe Dinge. Deswegen habe ich zum Gliederungsgrundmodell auch ein Buch herausgegeben sowie einen Online-Kurs. In diesem Tutorial fasse ich für euch zusammen, was da abgeht. Es ist quasi die Durchführung der untersuchenden Phase mittels der im dritten Schritt vorgestellten Methoden. Also, da wird zum Beispiel entweder induktiv oder deduktiv vorgegangen. Da werden qualitativ oder quantitativ Daten erhoben und ausgewertet. Damit wir im Rahmen bleiben mit diesem Tutorial, lasst mich kurz zwar nicht die sechs enthaltenen Detailschritte vorstellen, aber das mit dem induktiven und deduktiven Vorgehen, also die beiden Stränge A und B. Und das mit dem qualitativen und quantitativen Vorgehen will ich knappestmöglich auch zusammenfassen. Dazu nehmen wir diese Grafik in den Blick. Sie zeigt uns links von unten an, wie induktives Forschen aussieht. Wir beobachten etwas in der Welt, das uns umgibt, und wollen mehr wissen. Muster werden vermutet, wir basteln an vorläufigen Hypothesen, gelangen gar zur Skizze einer Theorie, natürlich ergänzend durch vorhandene Studien und Theorien gestützt. Dieser induktive Weg ist geprägt von qualitativer Forschung, also vom Erheben von Aussagen und Meinungen. Macht euch dazu mal selbst kundig. Die rechte Seite der Grafik zeigt den deduktiven Forschungsweg. Da gibt es bereits eine Theorie oder mindestens ein Modell. Und über Hypothesen und Vorhersagen wollen wir herausfinden, wie diese Theorie sich denn in der konkreten Praxis bewährt, also bei unserem Untersuchungsgegenstand. Dieser deduktive Weg führt meistens zu quantitativer Forschung, also zum Erheben von messbaren Daten, die mit statistischen Methoden auszuwerten sind. Letztlich sollte diese Grafik unten noch ergänzt werden, finde ich, um einen Pfeil von rechts nach links. Sobald die Bewährungsprobe des Modells deduktiv abgeschlossen ist, gehen die Ergebnisse ein in eine neue Runde, linke Seite von unten nach oben. All das geschieht also in den Schritten 4 bis 6. In Schritt 7 diskutieren wir die Ergebnisse unserer Erhebungen und Auszählungen und Interpretationen und in Schritt 8 nutzen wir das entweder für eine neue Theoriebildung oder auch für die Bildung von Hypothesen, die es danach deduktiv zu überprüfen gäbe. Oder wir beenden unseren induktiven Weg schlussfolgernd mit Lösungsvorschlägen. Damit habt ihr nun ein Gliederungsmodell kennengelernt, das meines Erachtens für alle Arten von Forschungsvorhaben nutzbar sein muss, solange sie dem Grundprinzip der Wissenschaft entsprechen, das allein geforscht werden muss, um bisheriges Wissen durch neues Wissen zu erweitern oder um Probleme der Praxis bzw. auch der Theorien zielführend zu lösen. Das Grundprinzip des wissenschaftlichen Arbeitens, methodisch forschend nach Lösungen zu suchen, führt also nun zum Grundmodell der Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten. Man sieht einer solchen Gliederung sogleich den wissenschaftlichen Weg der Ausarbeitung an. So einfach eigentlich. Und wie wende ich all das nun an? Das ist unser heutiger Bonus, der folgt jetzt. Eine Abschlussarbeit steht an. Jemand hat dieses Thema angemeldet. Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zur Transaktionskostensenkung bei einem mittelständischen Unternehmen. Gleich im ersten Schritt in unserer Einleitung gilt es zunächst mit einigen Sätzen das Thema zu erläutern. Es beinhaltet in diesem Fall zwei Variablen, mehr braucht es oft nicht. Das Thema der Untersuchung formuliert die Vermutung, dass die Blockchain-Technologie mit ihrer nicht manipulierbaren Errechnung, wie wir es unter anderem von der Kryptowährung Bitcoin kennen, kostensenkend für einen speziellen Anwendungsfall, nämlich die Transaktionskosten des Unternehmens XYZ, eingesetzt werden können. Somit ist die Blockchain-Technologie die unabhängige Variable. Und die zu bewirkende Senkung der Transaktionskosten in einem konkreten mittelständischen Unternehmen stellt die abhängige Variable. Damit wäre Punkt 1, die Themenformulierung, geklärt. Wir bleiben in der Einleitung. Jetzt muss Punkt 2 die Problemstellung verstanden und formuliert werden. Ohne Problemstellung keine Zielsetzung, keine Forschungsfrage, keine Problemlösung. Die Problemstellung beschreibt ein Defizit, ein Manko. Irgendetwas fehlt noch meinem Untersuchungsgegenstand. Etwas ist noch nicht klar. Und bevor man viel Geld investiert in eine Lösungsidee, kann man deren Realisierungsmöglichkeiten ja erst einmal wissenschaftlich untersuchen. Unser Beispielthema könnte etwa durch eine solche Problemstellung begründet werden. Es ist unklar, welchen Beitrag die Blockchain-Technologie zu einer Reduzierung der Transaktionskosten für das Unternehmen XYZ leisten könnte. Aus der Problemstellung folgt dann Punkt 3, die Zielsetzung, die wir an dieser Stelle definieren und erläutern müssen. Die Zielsetzung benennt nicht ein Handlungsziel, sondern das Erkenntnisziel, das zur Lösung der Problemstellung dienen und beitragen soll. Zum Beispielthema könnten wir etwa eine solche Zielsetzung formulieren. Es sollen die Möglichkeiten einer Transaktionskostensenkung im Unternehmen XYZ durch den Einsatz der Blockchain-Technologie umsetzbar beschrieben werden können. Das wäre das Erkenntnisziel. Die abhängige Variable, die Senkung der Transaktionskosten, steht im Mittelpunkt der Zielsetzung. Also wird am Ende und auf dem Weg zum Ende nicht die Blockchain-Technologie anzupassen oder zu ändern sein, sondern das bisherige Geschehen rund um die Transaktionskosten des Unternehmens XYZ. Mit dieser Zielsetzung ist gemeint, eine konkrete Möglichkeit zu finden und zu beschreiben, welche eine messbare Reduktion der bislang individuell und händisch und nicht genügend gebündelt durchgeführten Transaktionen mittels der automatisierten neuen Technologie zufolge haben könnte. Noch sind wir in der Einleitung. Im ersten Schritt. Und zu ihr gehört nun als Punkt 4 eine Forschungsfrage zu formulieren. Für das Beispielthema wäre womöglich eine solche Forschungsfrage zielführend. Welche technischen Merkmale der Blockchain-Technologie können in diesem Unternehmenskontext in welcher Hinsicht und in welchem Maße zu einer Senkung der Transaktionskosten beitragen? Diese Forschungsfrage verweist darauf, dass hier eher nach technischen Umsetzungsaspekten im Unternehmen geforscht wird, um das Erkenntnisziel zu erreichen, Möglichkeiten einer Transaktionskostensenkung. Sollte es womöglich woanders bereits Untersuchungen und bestehende Erfahrungen zur Nutzung dieser Technologie für solche und ähnliche Aufgabenstellungen geben, könnte die Formulierung der Forschungsfrage eine andere Ausrichtung nehmen. In welcher Hinsicht und in welchem Maße können welche bereits vorhandenen Erfahrungen und Untersuchungen zur Entscheidung über die Nutzungsmöglichkeit der Blockchain-Technologie zur Senkung der Transaktionskosten beitragen? Diese zweite Formulierung beinhaltet, dass sicherlich auch vorhandene Studien ausgewährte und Experten befragt werden könnten. Daher sage ich immer, die Forschungsfrage ist nie separat zu entwickeln, wie das oft der Fall ist, sondern eingespannt zwischen Problemstellung und Zielsetzung. Denn so kann sie uns den methodischen Weg weisen. Im ersten Fall geht es vordringlich um die technische Adaption im Unternehmen. Im zweiten Fall vordringlich um die Nutzung von vorhandenem Wissen für die Adaption der Technologie. Je nachdem, welchen Weg ihr wählt und ihn in der Forschungsfrage anklingen lasst, werdet ihr dann auch eure Vorgehensweise beschreiben können. Punkt 5 der Einleitung Insgesamt ist in der Einleitung also manches zu erklären, gegebenenfalls auch zu definieren. Zweiter Schritt unseres Modells, der Untersuchungsgegenstand muss beschrieben werden. In unserem Fall ist es das Unternehmen XYZ. Es geht dabei um einen konkreten und prüfbaren Untersuchungsgegenstand. Also keine allgemeinen Zustände. Und ganz sicher ist er auch kein Fallbeispiel. Wir müssen ihn aus der Perspektive der Problemstellung und der Zielsetzung beschreiben. Nicht einfach so. Etwa geschichtlich oder ökonomisch. Das Unternehmen besteht inzwischen 125 Jahre und wurde vom Kaufmann ABC gegründet. Sondern so auf den Punkt, die Transaktionskosten des Unternehmens XYZ entstehen gemäß dessen Angaben bisher auf diese und jene Weise und werden von einem Stab entsprechender Mitarbeiter gemanagt. Dabei entstehen oft unnötige Mehrkosten und auch Verluste durch dies und das und jenes. Alle vom Unternehmen erhaltenen Daten und Auskünfte oder Angaben müssen wir methodisch korrekt einbringen. Im dritten Schritt erfassen wir zwei Dinge, die zusammengehören. Den Stand der Forschung, soweit er sich auf unsere Problemstellung und Zielsetzung beziehen lässt. Und die Methodenwahl für unsere eigene Untersuchung, die sich mitunter aus dem bisherigen Stand der Forschung ergeben könnte. Bei unserem Beispiel mit der Blockchain-Technologie und deren Nutzen für eine Transaktionskostensenkung im Unternehmen XYZ kommen also Quellenrecherchen zur Blockchain-Technologie auf unsere Arbeitsliste. Fokussiert auf den Einsatz für vergleichbare Anwendungen, wie hier vorgesehen. Also keine Grundlagekapitel über Bitcoin und sonstige Kryptofragen, sondern gezielt suchen nach Einsatzbarkeit in Prozesssteuerung und Kostenmanagement. Und dann kommt die Frage auf, welche Methoden haben solche bereits bestehenden Studien angewendet und ließen sich deren genutzte Methoden womöglich auch bei uns selbst anwenden, sodass auch durch die Methodenwahl bereits vorhandenes Wissen durch unsere Arbeit sozusagen weitergeführt werden kann. Wenn nicht, dann begründen und andere passende Methoden finden. Natürlich nicht ohne Rücksprache mit dem Betreuer. Am Ende dieses Schritts steht der methodische Fahrplan und vergessen wir nicht, ihn dann auch kurz gefasst im letzten Element unserer Einleitung bereits einzubringen, bei der Vorgehensweise. Die Schritte 4 bis 6 absolvieren wir nun gemäß unserer Methodenwahl. Und bei der werden wir auch von der Entscheidung bestimmt, ob wir induktiv oder deduktiv vorgehen werden. Bei unserem Vorhaben, eine Transaktionskostensenkung mithilfe einer Implementation der Blockchain-Technologie zu ermöglichen, ist die Frage nach dem Weg zu entscheiden. Induktion, so haben wir es vorhin erfahren, geht vom Beobachtbaren aus. Und man wird versuchen, dort zu einer Hypothese oder gar Theorie zu gelangen. Bottom-up. In unserem Beispiel müsste also für den induktiven Weg gegeben sein, dass die angestrebte Lösung der Transaktionskostensenkung mittels Steuerung durch die Blockchain-Technologie bereits woanders in vergleichbaren Kontexten und mehrfach erfolgreich implementiert ist. Dann können wir unseren Hypothesen oder gar unserer Theorie die Ausrichtung geben, dass sie Umsetzungswege für unser konkretes Unternehmen XYZ formulieren. Dies wäre ein induktiver Weg. Gibt es aber noch nicht zu beobachten, sondern beginnen wir im Grunde genommen mit der Idee, dass die Blockchain-Technologie das womöglich leisten könnte. Bleibt uns der andere Weg. Top-down. Dann wäre es so, jemand hat die Idee, es gibt sogar Untersuchungen dazu, dass die Blockchain-Technologie auch in der Prozesssteuerung und im Kostenmanage wirksam und hilfreich sein könnte. Daher könnten wir eine Hypothese formulieren, notwendigerweise in der Form eines Konditionalsatzes, wenn, dann oder je desto. Also, wir setzen in der Hypothese Bedingungen und sinnvollerweise wären auch mehrere Hypothesen hilfreich zur technischen Implementierung, zu den Kosten der Anschaffung und Einrichtung, zur Kostenersparnis ab in Betriebnahme und so weiter. Deswegen enthält unser Gliederungsmodell diese beiden parallelen Verläufe A und B für Induktion und Deduktion. Denn die jeweils zugehörigen Schritte sind unterschiedlicher Art. Schritt 7 und 8 stehen auch bei einer Abschlussarbeit wie dieser für die Diskussion der Ergebnisse und für die Theoriebildung, die Hypothesen beziehungsweise die Lösungsvorschläge, wie eben geschildert. Wollt ihr eine schlankere Gliederung in eurem Inhaltsverzeichnis haben, dann empfehle ich, die Strecke der Schritte 4 bis 6 in einem einzelnen Kapitel 4 zusammenzubringen, was sehr einfach dadurch möglich ist, dass wir ja auch Kapitelabschnitte anlegen können. Kapitel 4 hätte dann die Abschnitte 4.1, 4.2 und 4.3. Schnappt euch nun in meiner Website forschenlern.jetzt slash Gliederung die zusammenfassenden Infos zu diesem Tutorial, dabei auch die Skizze meines Gliederungsmodells und die Skizze von Balzat, Schröder, Schäfer zur Induktion und zur Deduktion. Den Link findet ihr auch unter diesem Video in der Beschreibung. Und probiert das Gliederungsgrundmodell doch einfach mal aus. Nehmt eure letzte wissenschaftliche Arbeit, schlagt das Inhaltsverzeichnis auf und legt mein Gliederungsmodell daneben. Könntet ihr eure letzte Arbeit auch so strukturieren? Auf der Seite forschenlern.jetzt slash Gliederung findet ihr Hinweise, warum das vielleicht nicht möglich wäre und was dann zu viel des Guten war und was wohl fehlte. Denn das Gliederungsmodell erfolgt strikt dem wirklich forschenden Vorgehen beim wissenschaftlichen Arbeiten. Viel Erfolg damit und berichtet auch gern von euren Fortschritten oder Problemen unten in den Kommentaren. Bis nächste Woche. Bis nächsten Sonntag.